Moin so Leute und willkommen zurück zum Giveaway. Das ist die Auflösung zum Giveaway Nr. 14 für die AK-47 Elite Bild in 4 testet. Ja, hier sind noch mal die ganzen Kommentare. Ich glaube 28 Leute oder 28 Kommentare waren es und ja, wir gehen jetzt einfach mal entern, einfach mal hier die YouTube-ID, so, laden die Comments und laden die Comments. Also ich sehe gerade, das wird nicht funktionieren. Und laden die Comments. Jetzt wird sie jetzt perfekt. Ja, und jetzt randomly pick winner. Und siehst, aha, ach jetzt. Oho, oho. Und das ist Erik, mit viel Glück euch allen. Krass. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Alles klar, Leute. Heute kommt noch das nächste Give-A-Way. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und ja, wir sehen uns gleich im Giveaway-Video wieder. Also haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.